Wann sollte man das Kampagnenziel Reichweite nutzen und wann besser nicht? Das werden wir uns jetzt in diesem Video anschauen und ja, diese Frage habe ich schon ein paar Mal jetzt inzwischen bekommen. Reichweite, braucht man dieses Kampagnenziel überhaupt? Nutzt man das jemals? Und wenn ja, wann sollte ich das Ganze nutzen? Soll ich es zum Beispiel fürs Retargeting nutzen, dass ich hier sage, okay, ich habe eine kleine Audience und dann kann ich die mit der Reichweitenkampagne immer und immer wieder bespielen? Schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an. Dort gebe ich dir auch natürlich den einen oder anderen Tipp, wann es sinnvoll ist, dieses Kampagnenziel zu nutzen und wann besser nicht. An der Stelle noch ein kurzer Reminder. Wenn du vollautomatisiert deine Produkte über Facebook und Instagram verkaufen möchtest oder über die sozialen Medien hochqualitative Neukundenanfragen generieren möchtest, dann schau mal in den Facebook Ads Accelerator. Dazu gibt es ein Video. Erster Link in der Videobeschreibung. Und bevor wir jetzt tatsächlich ins Video einsteigen, gib dem Video mal gerne einen Daumen hoch und lass ein Abo da, damit du keinen weiteren Content zum Thema Facebook Ads und Marketing generell hier auf diesem Kanal verpasst. Also, wann solltest du das Kampagnenziel Reichweite nutzen? Erstmal vielleicht dazu, was ist Reichweite oder was ist dieses Kampagnenziel überhaupt? Reichweite bedeutet ganz einfach, zeige deine Werbeanzeigen so vielen Personen wie möglich. Und das klingt ja erstmal für viele so, ja, super, hey, so viele Leute wie möglich sehen dann eben meine Werbeanzeige. Dann wähle ich doch am besten dieses Kampagnenziel, weil je mehr Leute meine Werbeanzeige sehen, desto mehr kaufen doch auch, oder? Ja, und das ist so der erste Trugschluss, denn das ist eben nicht der Fall, ja. Deswegen an der Stelle der Tipp. Reichweite solltest du nicht dafür nutzen, um so viele Produkte wie möglich zu verkaufen oder so viele Leads wie möglich zu generieren, sondern dafür solltest du Conversions nutzen, ja. Conversions bedeutet ganz einfach, du gibst ein Optimierungsziel vor, beziehungsweise ein Ziel, auf das optimiert werden soll, zum Beispiel so viele Käufe wie möglich, und darauf optimiert Facebook dann eben auch. Ja, und das ist der Unterschied zu Reichweite, denn bei Reichweite ist es so, dass deine Werbeanzeige, wie gesagt, an so viele Leute wie möglich ausgespielt wird, aber die Qualität ist nicht die gleiche, denn, naja, das sage ich ja immer wieder, du kannst hunderttausende Leute haben, die deine Werbeanzeige sehen, wenn davon aber nur 10 kaufen, dann ist es ja besser, wenn 5000 deine Werbeanzeige sehen, davon kaufen aber 50, als Beispiel, ja. Und deswegen ist Reichweite eher etwas dafür, um überhaupt, ja, ich sag mal, dieses Bewusstsein für deine Marke zu schaffen oder, naja, dich, ja, dich vor deine Zielgruppe zu positionieren, ja, dass deine Zielgruppe dich sieht, immer und immer wieder sieht, ja, aber das Ziel sollte mit dieser Kampagne, mit diesen Kampagnenzielen nicht sein, wie gesagt, so viele Käufe wie möglich oder so viele Verkäufe wie möglich zu generieren. Und wann macht es jetzt Sinn, Reichweite zu nutzen? Naja, Reichweite macht dann Sinn, wenn du eine kleine Audience hast, heißt zum Beispiel, wenn du eine Nische hast, wo 5000 Leute drin sind, dann kannst du Reichweite dafür nutzen, um dich, naja, vor deine Zielgruppe zu platzieren, dass diese Zielgruppe dich sieht und immer und immer wieder sieht. Es kann aber auch dann sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel in einem lokalen Gebiet, ja, auch da dich positionieren möchtest, wenn du dort Sichtbarkeit schaffen möchtest, heißt, wenn du zum Beispiel, ja, ich sag mal, Finanzdienstleister bei dir im Ort bist, ja, und du möchtest, dass deine Leute oder deine Umgebung da weiß, dass du Finanzdienstleister bist und wenn was ist, dass sie dann auf dich zukommen können. Dann kannst du genau das für dich nutzen und das mal, by the way, ist sehr sinnvoll, dass du das für dich zu nutzen, falls es bei dir der Fall ist, weil eben in dem Fall, wenn die Leute oder wenn die Kunden dann zu dir ins Haus kommen, zu dir ins Büro, dann, naja, vertrau mir da, ja, dort verkaufst du dann definitiv deutlich besser Produkte, als wenn sie noch nie mit dir interagiert haben. Der Tipp an der Stelle, also, es macht Sinn, Reichweitenkampagnen zu nutzen, wenn du eine kleine Audience hast. Es macht aber auch dann Sinn, wenn du viel Werbebudget zur Verfügung hast und hier, naja, ich sag mal, auch hier wieder natürlich dieses Bewusstsein oder diese Sichtbarkeit für deine Marke schaffen möchtest oder für deine Person. Also, je nachdem. In dem Fall ist es aber also eher die Marke. Da verweise ich mal auf das Beispiel Coca-Cola. Coca-Cola, mega viel Werbebudget damals gehabt und dort haben sie es auch reingesteckt. Nicht gerade deshalb, um, ja, um jetzt direkt über die Werbeanzeige oder über ihre Werbung, naja, Produkte zu verkaufen. Klar, das war das primäre Ziel, aber erstmal überhaupt, dieses Bewusstsein für die Marke zu schaffen. Da hat man viel Werbebudget in die Hand genommen und eben in dem Fall macht Reichweite dann auch Sinn. Und die Reichweitenkampagne macht bei einer weiteren Strategie extrem viel Sinn und zwar dann, wenn du über einen längeren Zeitraum Werbung schaltest und immer wieder dieselben Personen ansprechen möchtest. Weil in dem Fall ist es dann so, die Leute in dieser Zielgruppe sehen dich durch die Reichweitenkampagne immer und immer wieder. Sie kaufen vielleicht nicht direkt, aber sobald dein Produkt oder deine Dienstleistung für sie in Frage kommt, werden sie nur mit dir und mit keinem anderen zusammenarbeiten. In der Regel, jetzt trifft natürlich nicht auf alle zu. Aber das ist etwas, was extrem sinnvoll sein kann, was aber langfristiger Natur ist. Bestimmt mache ich dazu nochmal ein extra Video. Falls es bereits online ist, wirst du es unten unterhalb des Videos in der Videobeschreibung finden. Wie gesagt, das ist etwas langfristiges. Hier wirst du keine Ergebnisse nach ein, zwei Wochen sehen, sondern, ja, sowas muss schon ein, zwei, drei Monate laufen. Aber, naja, sobald das dann anfängt zu laufen, dann hast du dieses langfristige drin und die Leute in dieser Zielgruppe, die werden tatsächlich nur mit dir zusammenarbeiten, nur mit dir zusammenarbeiten wollen und mit keinem anderen. Jetzt möchte ich aber auch mal drauf zu sprechen kommen, wann macht eine Reichweitenkampagne keinen Sinn? Eine Reichweitenkampagne macht dann keinen Sinn, wenn du, wie gesagt, ein bestimmtes Ziel hast, also ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel, so viele Käufe wie möglich, Verkäufe wie möglich zu generieren oder so viele Eintragungen wie möglich zu generieren. Da brauchst du die Reichweitenkampagne nicht nutzen, weil das dann keinen Sinn macht. Denn dann macht die Conversionskampagne Sinn. Weil hier gibst du ja an, wie gesagt, gibst du Facebook an, was dein Kampagnenziel ist und darauf optimiert Facebook dann eben auch. Die Reichweitenkampagne macht auch keinen Sinn, wenn du Retargeting nutzt. Also manche sagen ja, hey, in meiner Retargeting-Audience, da sind jetzt, oder in meiner Custom-Audience, da sind jetzt 10.000 Leute. Dann sagen manche, okay, dann nutze ich doch die Reichweitenkampagne, weil hier erziele ich doch so viele oder hier erreiche ich doch so viele Leute wie möglich in dieser Custom-Audience oder in dieser Anzeigengruppe. Ist aber ein Trugschluss, weil Facebook eben nicht nur, also Facebook schaut nicht nur, also bei einer Conversionskampagne schaut Facebook nicht nur, welche Personen, welche User für dein Produkt in Frage kommen, sondern Facebook sorgt eben auch dafür, dass deine Werbeanzeigen an der richtigen Stelle ausgespielt werden und eben auch zur richtigen Zeit. Und das ist bei der Reichweitenkampagne völlig irrelevant. Die meisten Personen kaufen zum Beispiel nach der Arbeit, also so, ich sage mal, zwischen 16 bis, ja, 16 Uhr bis, ich sage mal, 22, 23 Uhr. Und dort laufen Conversionskampagnen eben auch mit am besten. So, deswegen werden Conversionskampagnen meistens nicht so sehr in der Nacht ausgespielt. Bei einer Reichweitenkampagne ist das völlig egal. Die wird so wie jeder Zeit, wann auch immer ausgespielt. Und deswegen macht beim Retargeting es eben auch Sinn, dass du eine Conversionskampagne nutzt und keine Reichweitenkampagne. Das habe ich nämlich auch schon das eine oder andere Mal gehört, dass es dort Empfehlungen gibt, Reichweite zu nutzen. Ich habe es getestet, ich selbst habe es getestet, Kunden von mir haben es getestet und es funktioniert nicht. Also es bringt dir wesentlich schlechtere Ergebnisse, als wenn du jetzt eine reine Conversionskampagne nutzt. Also deswegen der Tipp an der Stelle, für Reichweite bzw. für das Retargeting solltest du auch keine Reichweitenkampagne nutzen. Also das waren mal so ein paar Fälle, wann du Reichweite nutzen solltest, wann du diese Kampagnenziele nutzen solltest und wann eben nicht. Vielleicht der Hinweis noch an der Stelle, Facebook hat mal angekündigt, diese beiden Kampagnenziele, also Markenbekanntheit und Reichweite zusammenzuführen. Das haben sie aber schon länger angekündigt, ist bis jetzt nicht passiert. Sollte das inzwischen der Fall sein, wundere dich nicht. Wenn bei dir hier jetzt nur ein Kampagnenziel ist, das gilt natürlich auch dafür. Also wenn du dazu irgendeine Frage hast, schreib sie mir gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen hoch, lass ein Abo da. Und wie gesagt, hier an der Stelle nochmal der kurze Reminder, wenn du deine Produkte vollautomatisiert verkaufen möchtest, über die sozialen Medien oder hochqualitative Neukundenanfragen generieren möchtest, über Facebook und Instagram, dann schau mal in den Facebook-Ads Accelerator. Dazu gibt es ein Video, erster Link in der Videobeschreibung. Ja, an der Stelle freue ich mich dann, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und bis dann, hauch ein. Ciao.